Freieheit! Freiheit! 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 Und heute bin ich ein freier Mann. Ich bin Bürgermeister und erfolgreicher Unternehmer. Es gibt hier keinen Bürgermeister mehr. Sie sind ein Gemeinderlinger! Verzielen! Schluss jetzt! Ich lass mich nicht auch noch beleidigen! Los jetzt! Was dieses Land braucht, ist Freiheit. Freiheit und Menschlichkeit. Das alte Paris muss untergehen, damit ein neues Paris auferstehen kann. Für Freiheit und Demokratie. Feuer! Dieser Arme hat immer noch geöffnet! Die Barrikaden werden gestört! Ich glaube an dich, Jean-Jacques. Was? Ich glaube an dich, Gunther! Tunesien! Tunis! Dezember 2010! Iran! Teheran! Februar 2011! China! Peking! Februar 2012! Komm zurück! Du! 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 Du!